Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Im heutigen Review wollen wir uns Huawei's neues Flaggschiff, das P8, etwas genauer anschauen. Der chinesische Hersteller möchte mit diesem Smartphone zeigen, dass man locker mit Samsung, HTC, Apple und so weiter mithalten kann und das, obwohl das Huawei P8 mit einer UVP von 499 Euro eine ganze Ecke günstiger ist. Ob Ihnen das gelungen ist und natürlich ob sich ein Kauf des P8 lohnt, das wollen wir uns jetzt anschauen. Bevor es losgeht, geht aber genauso wie auch schon beim Unboxing nochmal ein fettes Dankeschön an meinen Kollegen Christian von TechLoop. Der hat mir nämlich sein Testgerät vom P8 zur Verfügung gestellt, eben für die Tests. Danke an ihn. Link zu seinem YouTube-Kanal findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Das Huawei P8 misst 145 x 72 mm. Damit ist es jetzt nicht das kleinste Smartphone, aber definitiv auch kein Phablet. Außerdem ist es nur 6,4 mm dünn und wiegt 145 Gramm. Trotz des relativ kantigen Designs liegt das P8 meiner Meinung nach noch relativ gut in der Hand und man kann es meistens auch problemlos einhändig bedienen. Ein iPhone 6 oder auch ein Galaxy S6 liegen aber beide auf jeden Fall nochmal einen Tick besser in der Hand. Das Display ist im Vergleich zum Vorgänger nochmal etwas angewachsen. Das P8 kommt mit einem 5,2 Zoll großen IPS-Display, das mit 1920 x 1080 bei etwa 424 ppi auflöst. Ansonsten finden wir auf der Vorderseite noch die 8 Megapixel Frontkamera und eine ganz kleine dezente Benachrichtigungs-LED. Auf physische oder touchsensitive Tasten hat Huawei wieder komplett verzichtet. Auch das P8 kommt also mit Onscreen-Tasten. Huawei betont beim P8 gerne die dünnen seitlichen Display-Ränder. Schaltet man das Display dann aber mal an, sieht man eigentlich recht schnell, dass sich rings um das Display nochmal ein zusätzlicher kleiner schwarzer Balken befindet, der die Ränder eben größer wirken lässt als sie sind. Außerdem finde ich persönlich, dass der weiße Balken unter dem Display zu groß ist. Gerade wenn man schon auf Onscreen-Tasten setzt, dann wäre das hier eine gute Möglichkeit gewesen, das gesamte Smartphone eben nochmal kompakter zu machen. Das macht ja beispielsweise LG schon ganz gut vor. Huawei setzt beim P8 außerdem auf ein Aluminium-Unibody-Gehäuse, das an den Rändern eine leichte Schliffkante aufweist. Scharfkantig wirkt es dadurch aber keinesfalls. Die linke Gehäuse-Seite ist auch absolut blank gehalten. Rechts finden wir dann zum einen den Einschub für eine SIM-Karte und außerdem noch einen Speicherkartenslot. Der 16 GB große interne Speicher kann also erweitert werden. Auf der rechten Seite befinden sich dann natürlich auch noch die lauter-leise-Wippe und der Power-Button. Die beiden sind super platziert und wirklich sehr gut zu erreichen. Mir ist nur aufgefallen, dass die lauter-leise-Wippe bei meinem Testgerät etwas zu viel Spiel hat. Das ist jetzt aber Kritik auf einem ziemlich hohen Niveau. Auf der oberen Seite befinden sich dann noch der 3,5 mm Klinkenanschluss und ein Mikrofon und auf der Unterseite sitzt der Micro-USB-Anschluss, ein weiteres Mikrofon sowie der Lautsprecher. Einerseits finde ich dessen Positionierung hier etwas suboptimal, weil man ihn öfter mal verdeckt. Das hat man ja im Gaming-Video schon ganz gut gesehen. Von der Klangqualität kann der aber durchaus überzeugen. Er ist wirklich ziemlich laut, gleichzeitig aber auch noch relativ klar. Nur bei voller Lautstärke, da übersteuert er teilweise etwas. Der Aluminium-Unibody wird auf der Rückseite nur von einer kleinen Kunststoff-Aussparung in hochglanzweise unterbrochen. Das erinnert natürlich alles ziemlich stark an das iPhone 5s, wobei der Rahmen natürlich eher an das iPhone 6 erinnert. Aber in Sachen Haptik kann man am Huawei P8 eigentlich nicht viel kritisieren. Es fühlt sich ähnlich hochwertig wie beispielsweise das Galaxy S6 an und hat mir diesbezüglich echt gut gefallen. Das war ja schon beim Vorgänger so. Neben dem weiß-goldenden Modell gibt es auch noch ein grau-schwarzes. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir das Gold persönlich ganz gut gefallen hat. Es ist eher ein Champagner-Ton und auch keinesfalls aufdringlich, falls das irgendwer befürchtet. Ansonsten befindet sich auf der Rückseite noch die 13 Megapixel Hauptkamera mit einer Dual-Foto-LED. Und wir haben einen 2680 mAh starken Akku. Der ist allerdings fest verbaut. Ansonsten kommt das Huawei P8 momentan mit Android 5.0 und natürlich wieder mit Huaweis hauseigene Emotion UI in der Version 3.1. Und auch beim SoC setzt man wieder auf etwas Eigenes, nämlich den HiSilicon Kirin 930. Das ist ein Octa-Core mit vier Kernen mit je 2 und vier mit je 1,5 GHz. Dazu gibt es dann 3 GB Arbeitsspeicher und natürlich LTE zur mobilen Datenübertragung. Mit der Emotion UI 3.1 setzt Huawei den Weg, den man damals mit dem Mate 7 begonnen hat, eigentlich konsequent fort. Die UI ist nochmal flacher und moderner als die Vorgängerversionen und das mit Android 5.0 eingeführte Material Design, das hat man definitiv hier auch versucht umzusetzen. Was mich immer noch etwas stört, ist aber das Icon-Design. Gerade die Icons der vorinstallierten Huawei eigenen Apps, die sehen noch immer extrem verspielt und bunt aus, zumindest meiner Meinung nach. Es gibt aber auch diesmal wieder verschiedene Themes, die man sogar personalisieren kann, aber ein simples minimalistisches Icon-Design, das haben die komischerweise alle nicht. Sei es drum, man kann sich natürlich auch einfach ein schönes Icon-Pack im Playstore suchen. Ansonsten hat mir die Emotion UI aber hier deutlich besser gefallen als noch bei den Vorgängern. Besonders die Benachrichtigungsleiste ist ziemlich funktional und auch übersichtlich. Hier findet man wie bei den meisten anderen Herstellern eben auch diverse Shortcuts, um beispielsweise WLAN, Bluetooth usw. aus- und einzuschalten. Auch die Einstellungen sind jetzt deutlich übersichtlicher und strukturierter als beispielsweise noch beim P7. Personalisieren kann man aber noch immer sehr sehr viel, beispielsweise die Bildschirmübergänge, das kennen wir so ja von Huawei. Nicht ganz so gut fand ich aber den Task Manager, den Huawei eigenen. Da hätte man meiner Meinung nach einfach bei dem bleiben sollen, der standardmäßig mit Android 5.0 kommt. Der ist übersichtlicher und auch gleichzeitig funktionaler. Einen App-Drawer gibt es bei Huawei übrigens auch noch immer nicht, sprich alle Apps liegen auf dem Homescreen. Performance-Technisch konnte das P8 aber auf ganzer Linie überzeugen. Hier war schon das Mate 7 super, aber das P8 ist fast nochmal eine Ecke schneller. Egal ob beim Navigieren durch die Homescreens, beim Scrollen oder beim Starten und Schließen von Apps, Ruckler oder Verzögerungen gibt es quasi nie. Als Browser habe ich Google Chrome genutzt und auch hier kann sich die Performance echt sehen lassen. Seiten werden ziemlich schnell geladen und alles läuft eigentlich echt flüssig. Hier muss ich aber auch sagen, dass beispielsweise das Galaxy S6 an manchen Stellen nochmal einen kleinen Tick schneller ist. Das sind aber wirklich nur Nuancen und im Alltag fällt das eigentlich kaum auf. Jetzt kommen wir aber zum Display. Auch hier kann das P8 wirklich überzeugen. 424 ppi reichen meiner Meinung nach absolut aus. Die Darstellung ist gestochen scharf und einzelne Pixel lassen sich hier eigentlich nicht mehr wirklich erkennen. Absolut richtig, dass Huawei hier nicht auf WQHD gesetzt hat. Farbdarstellung und Farbechtheit sind auch ziemlich gut. Die Farben werden abweg ziemlich intensiv, aber noch immer ausreichend realistisch dargestellt. Und ähnlich wie schon bei Mate 7 gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, die Farbtemperatur in den Einstellungen, in dem eigenen Geschmack anzupassen. Ganz so gut wie das IPS-Display eines iPhone 6 ist das Display des P8 dann aber doch nicht. Vor allem der Schwarzwert und auch der Weißwert, die sind beim iPhone nochmal etwas besser. Die Blickwinkelstabilität ist IPS-typisch, aber wirklich hervorragend. Und auch die Helligkeit ist echt ordentlich. Ich hatte eigentlich nie Probleme, das Display des P8 abzulesen. Auch an helleren Tagen nicht. Auch hier muss man aber sagen, dass das Galaxy S6 beispielsweise noch ein etwas helleres Display besitzt. Das Highlight des Huawei P8 ist in meinen Augen aber ganz klar die Kamera. Die UI ist ziemlich einfach und übersichtlich aufgebaut. Es gibt wieder verschiedene Modi, wie beispielsweise einen HDR-Modus oder einen Modus, wo man im Nachhinein noch den Fokuspunkt verschieben kann. Der Autofokus arbeitet ziemlich schnell und zuverlässig. Das war beispielsweise beim Vorgänger nicht immer so. Aber vor allem in Sachen Bildqualität überzeugt das P8 wirklich auf ganzer Linie. Bei guten Lichtbedingungen werden die Aufnahmen extrem scharf und auch detailreich. Aber vor allem der automatische Weißabgleich liegt fast immer richtig. Also auch in Sachen Farbechtheit überzeugen die Bilder. Das Ganze setzt sich dann auch bei schlechteren Lichtbedingungen fort. Hier war das Galaxy S6 bisher so mein Champion. Das Huawei P8 ist hier aber ganz ganz nah dran. Die Aufnahmen werden zwar nicht ganz so hell, sind dafür aber eben auch nicht ganz so stark verrauscht und haben teilweise mehr Details. Es gibt außerdem noch einen super Nachtmodus, wo die Aufnahme nach und nach weiter erhält wird. Das funktioniert prinzipiell ganz gut, aber nur dann, wenn man das P8 wirklich komplett still hält. Und das gelingt eben fast nur mit einem Stativ, sonst verwackelt das Ganze. Könnt ihr jetzt ja ganz gut sehen. Auch die Frontkamera kann überzeugen. Die Bildqualität ist zwar nicht ganz so gut wie bei der Hauptkamera, aber für Selfies auch bei etwas schlechteren Lichtbedingungen, da reicht es meiner Meinung nach auf jeden Fall aus. Empfang und Sprachqualität sind ziemlich ordentlich. Hier habe ich eigentlich nichts zu kritisieren. Jetzt kommen wir aber zum Akku. Ich habe mir da doch einiges sehr oft, denn das Ascent Mate 7 beispielsweise ist in meinen Augen noch immer das Smartphone, das mit die beste Akkulaufzeit bietet. Zumindest von den aktuellen. Beim P8 sieht das aber leider etwas anders aus. Die 2680 mAh, die reichen aus, um durch den Tag zu kommen. Da hatte ich eigentlich nie Probleme. Recht viel mehr ist dann aber leider auch nicht mehr drin. Spätestens am Morgen des nächsten Tages, da war der Akku bei mir meistens leer. Die Werte sind in etwa auf dem Niveau wie auch beim Galaxy S6. Heißt etwa 3,5 Stunden Screen-On-Zeit. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles nicht grottenschlecht, aber definitiv auch nicht perfekt oder gut. Am Ende kommen wir wie immer zum Fazit und wir beginnen mit den Punkten, die für das Huawei P8 sprechen. Zum einen hätten wir hier das wirklich sehr hochwertige Design und die ordentliche Verarbeitung. Wie gesagt, Aluminium, Unibody, auch die Tasten sind alle super. Klar, die Lauter-Leiser-Taste, die wackelt minimal. Aber ja, das kann hier auch nur ein Einzelfall sein. Also ansonsten von der Haptik wirklich top. Auch das Display ist ziemlich gut. Ich habe es ja gesagt, Farbdarstellung, Helligkeit, Blickwinkelstabilität und so weiter. Da hat es mich wirklich überzeugt. Klar, das Galaxy S6 beispielsweise und meiner Meinung nach auch das iPhone 6, die haben nochmal ein etwas besseres Display. Aber ja, das ist Kritik auf einem sehr, sehr hohen Niveau und das bemerkt man fast nur im direkten Vergleich. Ansonsten war ich auch von der Performance echt überzeugt. Also Apps starten sehr schnell. Es gibt quasi nie Ruggler. Also da hat Huawei auch einen sehr, sehr guten Shop gemacht. Wie gesagt, am besten hat mir aber die Kamera gefallen. Ich glaube, die Bilder, die sprechen irgendwo auch für sich. Also vor allem hier hat Huawei nochmal deutlich nachgelegt. Beispielsweise das Mate 7 hatte schon eine gute Kamera. Aber das P8 ist hier nochmal eine Ecke besser. Ansonsten haben wir einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die UVP liegt bei 499 Euro. Das ist jetzt nicht so wenig, wenn man das mal so sehen möchte. Aber wenn man überlegt, was momentan ein Galaxy S6 kostet oder was ein HTC One M9 kostet und man dann bedenkt, dass die Preise bei Huawei ja eigentlich immer ziemlich schnell fallen, dann ist die UVP von 499 Euro schon ziemlich gut. Ich denke, dass wir da auch sehr schnell auf 450, 400 Euro in etwa zurollen. Und das ist dann schon ein ziemlich guter Preis. Aber auch hier gibt es natürlich wieder Kontrapunkte. Ich würde auf jeden Fall die UI teilweise wieder mit anführen, weil die einfach teilweise noch immer zu bunt und zu verspielt ist. Also ja, ich spreche vor allem vom Icon-Design. Aber auch die Akkulaufzeit ist verbesserungswürdig. Die war beim Mate 7 beispielsweise super. Aber ja, hier liegt es vermutlich einfach am Akku. Der müsste vermutlich einfach etwas größer sein. Auch beim Punkt Updates habe ich so ein Fragezeichen gesetzt. Denn in letzter Zeit war Huawei nicht unbedingt der Hersteller, der mit zuverlässigen, schnellen Updates gepunktet hat. Da waren HTC oder Samsung deutlich schneller und zuverlässiger. Klar, das kann sich in Zukunft ändern. Aber das wollte ich auf jeden Fall auch erwähnt haben. Denn Updates sind natürlich auch ziemlich wichtig, wenn man so ein Ding zwei Jahre oder länger nutzen will. Alles in allem ist das Huawei P8 meiner Meinung nach wirklich ein ordentliches Smartphone. Klar, das Display ist beispielsweise beim Galaxy S6 noch mal eine Ecke besser. Und auch in Sachen Performance hat das S6 etwas die Nase vorne. Das Huawei P8 hat auch keinen Fingerabdrucksensor. Und beispielsweise die Lautsprecher, die sind beim HTC One M9 noch mal eine ganze Ecke besser. Dafür kostet das Huawei P8 aber auch eine ganze Ecke weniger als die beiden eben genannten Smartphones. Und dafür bekommt man meiner Meinung nach trotzdem eben einiges geboten. Was so heraussticht, das ist wirklich das sehr, sehr hochwertige Design. Die doch sehr, sehr starke Performance und die sehr, 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 sehr gute Kamera. Das muss man einfach so sagen. Und für mich persönlich ist das Huawei P8 momentan unter all den Flaggschiffen aus dem Jahr 2015 sowas wie der Preis-Leistungs-Sieger, weil es eben günstiger ist als das One M9 oder das Galaxy S6 schon von der UVP her. Aber man trotzdem eben einiges geboten bekommt. Was ich damit sagen will, ich kann es auf jeden Fall auf ganzer Linie weiterempfehlen. Und ich bin schon ziemlich gespannt, was da in Zukunft noch von Huawei kommt. Denn so Jahr für Jahr holen die immer weiter auf. Also da bin ich echt begeistert und ziemlich gespannt. Aber ja, das war mein Review vom Huawei P8. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.